In diesem Video lernen Sie Docker kennen. Docker ist ein Open-Source-Projekt zur automatisierten Bereitstellung von Applikationen, die in einem Container organisiert sind. Mit Docker können Applikationen vollständig von der jeweiligen Umgebung inklusive der Prozesse, Dateisysteme oder des Netzwerks getrennt und damit autonom betrieben werden. Mit Docker lässt sich eine Software über unterschiedliche Plattformen und Infrastrukturen bewegen, ohne dabei ständig an die jeweiligen Voraussetzungen für das Deployment und den Betrieb angepasst zu werden. Docker kapselt die eigentliche Anwendung und ihre notwendigen Abhängigkeiten wie Bibliotheken in einen virtuellen Container, welcher dann auf jedem beliebigen Linux- und Windows-System ausführbar ist. Dies erhöht den Portabilitätsgrad und die Flexibilität. Wir schauen uns nun die Funktionsweise an. Docker erzeugt eine einheitliche, versehebare Laufzeitumgebung, die von der Host-Plattform nicht abhängt. Docker-Container sind daher nicht nur leichtgewichtig, sondern vor allem auch portable. Ein Docker-Container beinhaltet kein Betriebssystem. Das Framework nutzt den Kernel des Host-Systems, um die benötigten Ressourcen wie CPU-Zyklen, den Arbeitsspeicher, Blogspeicher-IO und Netzwerkschnittstellen anzufordern. Hier noch die Zusammenfassung. Die Vielen Dank.